Hallo zusammen! Heute mache ich euch ein Video zum Lauf-ABC. Das Lauf-ABC ist ganz wichtig, wenn ihr eure Lauftechnik verbessern wollt und euren Körper vor Verletzungen schützen möchtet. Ihr könnt damit eure Sprungkraft, eure Schnellkraft, die Reflexe der Sehnen und Bänder verbessern. Wenn man einmal wegknickt, sind die so gut trainiert, dass da nicht sofort eine Verletzung daraus entsteht. Da gibt es ein ganzes Paket. Ich werde euch heute mal einige dazu vorstellen und dann habt ihr mal eine Auswahl, die ihr trainieren könnt während des Laufens. Das Lauf-ABC, das macht man, wenn man sich so zehn Minuten warm gelaufen hat. Dann startet man mit den Übungen und danach noch einen Lauf anschließen oder aber euch auf jeden Fall nach dem Lauf-ABC noch locker auslaufen. Ich starte mal mit den ersten Übungen und werde dann noch einmal weiter zuschreiben, was das für Übungen sind. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.